Willkommen beim Schlafzimmeraufbewahrung and Organizer Chair Lösungen. Hier ist Will, ich bin dein Einkaufsführer, bitte folge mir. Heute stelle ich euch einige wundervolle Produkte vor. Es ist Kinderbett, Holzhausbett, Bodenbett, Bettgestell 80x160, Hausbett, Massivholz, Kinderbett, Baumhausbett, Bettenhaus, Ausholz, Spielbett, Holz. Holzbettrahmen, Kiefernholzrahmen, der Stabilität und Haltbarkeit verbessern kann. Lattenrost ist nicht im Lieferumfang enthalten, Sie müssen Boxspringbetten oder Fundamente vorbereiten, damit die Belastbarkeit unbegrenzt ist. Das Bett ist für 80x160 Matratzen geeignet, Matratze ist nicht enthalten. Kinderhausbett mit Dach und Zaun schafft dieses einzigartige Bett einen lustigen und bezaubernden Raum, der nicht nur als bequemer Schlafbereich dient, sondern auch als Platz für Ihre Kinder zum Spielen und Spaß haben. Bodenbett für Kinder niedrig am Boden, ideal als erstes großes Bett für Kleinkinder, dieses Hausbodenbett ist sicher und komfortabel. Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass Ihr Kind das Bett ausrollt und sich verletzt. Lustig und nützlich dieses Bett ist 80x160 groß und kann Ihre Kinder von der Kindheit bis zum Erwachsenwerden begleiten. Es kann nicht nur im Schlafzimmer, sondern auch im Wohnzimmer sowie auf dem Balkon platziert werden. Einfache Montagekinder-Bettgestell ist geeignet für Matratzen 80x160, Matratze ist nicht im Lieferumfang enthalten. Kommt mit klaren Anweisungen, die Sie durch alle Schritte führen. Kundenzufriedenheit ist unsere oberste Priorität. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben. Dieses super coole Hausbett ist ideal für die Kinder. Sie können ein cooles Schlafzimmerrefugium schaffen und der Fantasie Ihres Kindes freien Lauf lassen. Sie können es aufgrund seines vielseitigen und einfachen Rahmens entsprechend der Persönlichkeit Ihres Kindes dekorieren, wie zum Beispiel Stoffdrapieren, Windlichterketten oder Spielzeug befestigen. Dieses Holzbett eignet sich auch perfekt als Leseecke oder Spielhaus für Ihr Kind. Dieser Bettrahmen ist aus massivem Kiefernholz gefertigt und dadurch äußerst robust und langlebig. Bitte beachten, die Lieferung beinhaltet nur einen Bettrahmen. Latten sind nicht im Lieferumfang enthalten, Sie müssen Boxspringbetten oder Fundamente vorbereiten, damit die Belastbarkeit keine Begrenzung hat. Es gibt endlose Möglichkeiten, eine lustige Spielumgebung für Ihre Kinder zu schaffen, die sich auf die Schlafenszeit freuen werden. Es ist ein Haus im Haus. Lieferumfang 80x160 Hausbettgestell Montageanleitungen Pflegehinweis mit einem sauberen Tuch trocken wischen Einzelheiten Bettgröße 80x160 Rahmenmaterial Massives Kiefernholz Matratze im Lieferumfang enthalten? Nein Erwachsene Montage erforderlich? Ja Im Laufe der Jahre ist Schlafzimmeraufbewahrung in Organizer immer stärker geworden und hat eine Präsenz in Deutschland aufgebaut, die unser gesamtes Sortiment sowie Ideen und Ratschläge zur Organisation, Vereinfachung und Aufräumung des Lebens bewirbt. Household Storage Solutions ist eine führende Marke, die sich zum Ziel gesetzt hat, deutschen innovative Organisations- und Aufbewahrungsprodukte für zu Hause und im Büro anzubieten, die Ihr Leben vereinfachen sollen. Sie finden die gesamte Produktpalette in unseren Stores und auf unserem YouTube-Kanal weltweit. Als wir Place4Everything in Sarekheim.com auf den Markt brachten, hatten wir zwei verschiedene Ziele vor Augen, einzigartige hochwertige Aufbewahrungsartikel anzubieten und jedem Kunden innovative Lösungen anzubieten, die sein Leben vereinfachen und ein positives, organisiertes und inspirierender Ort zum Einkaufen und Arbeiten in Deutschland. Wir haben begeisterte und leidenschaftliche Mitarbeiter, die mit dem Wissen ausgestattet sind, multifunktionale Aufbewahrungs- und Organisationslösungen anzubieten, die auf die Lifestyle-Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten und zugeschnitten sind. Weil es für uns wichtiger ist, Ihr Zuhause zu verbessern. Bei Großbestellungen können wir nach Ihren Wünschen anpassen und je nach Menge Sonderpreise anbieten. Wenn Sie mehr als fünf zufällige Artikel pro Bestellung kaufen, erhalten Sie mehr Rabatte. Für Großhandelsbestellungen wenden Sie sich bitte über elisabethmannaya77fgmail.com an den Hersteller. Danke fürs Zuschauen! Abonnieren Sie uns, um mehr Videos zu sehen!